Hey, ich muss Kameramann sein. Moment! Was filmst du denn? Wenn du was trinken willst, da ist ein Glas für dich. Ja geil, dankeschön. Danke. Ist auch nur Leitungswasser. Ist gut, ist gut, ist Wasser. Alter, ich hasse es, mein Kuchen zu shaven. So sehr. Alter, das geht ab. Ein Marki-Gnom. Ein was? Ein Marki-Gnom. Na du Kleiner? Baaaaaasch! Da fütter sie nicht rum, wenn sie nass werden. So Gremlins. Ey, du stinkst. Was hast du gesagt? Mit Spaß, da ist die Kamera. Buh! Ich finde es sehr gut, dass mal wer anspricht. Warte, schreib du gerne. Gut, dass du es mal ansprichst, von der Thematik her. Die ist sogar live. In Borderland richtig gut sein soll. Die Vampire von Twilight sind auch hart scheiße dargestellt mit dem glanzen Glitzermist. Ich finde einfach, dass sie ähm... Sie ist einfach ne Talkerin. Sie ist einfach ne Talkerin. Ja, sie ist eine tolle Talkerin. Krass. Mit Money you can buy a clock, but not time. Wow. Mit Money you can buy a bed, but not sleep. Ja. Ich hätte gern den anderen Typen in meinem Leben, der einfach nach jedem Satz von mir immer Ja sagt. Wow. Ja. Einfach per Bestätigung. Ja. Aber die Thematik mit den Pranks. Danke. Kennst du Friends? Ja, ich kenne Friends. Alter, was ist denn nun? Siehst du gar nicht, was ich tue? Sie sieht mich einfach nicht. Deine Thematik. Ich bedanke mich für die Thematik. Filme oder Serien? Nein. 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 Wenn ich so bin, dann sieht das so aus, als wäre ich so sehr klein. Und als wäre ich mit dem Zwölfjährigen, also nämlich mit meinem kleinen Bruder hier streamen. Ja, genau. Hallo. Tim, wie hat die Presse? Willst du wieder Ohrfeige? Ich geb dir nur Ohrfeige. Nein, bitte nicht. Nein, nein. Ich geb dir nur Ohrfeige. Ich bin dich. Ok, dann nach dem Streamen. AAAAAAAAHHHHH! AAAAAAAAHHHHH! AAAAAAAH! 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 AAAAAH! AAAAAAAH! AAAAAH! 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 Der Thematik. Ey, schreib doch mal bitte, alle die jetzt gerade da drin sind, schreib doch mal bitte die Thematik. Die Thematik. Welche Thematik meinst du? Was meinst du jetzt gerade? Mit den Pranks in deinem TikTok. Ju ist hier mit Rezo. Ju ist hier mit Rezo. Rizzo? Also Rezo kenn ich. Ich bedanke mich für die Thematik. Boah! Ju! Aua, mein Herz! Ich bedanke mich für die Thematik. Worüber können wir heute reden noch? Alter, Meerrettiche sind so krass. Meerschweinchen. Hä, ist ein Hamster. Da steht sogar Hamster. Hamster sind so krass. Meerrettiche wahrscheinlich. Meerrettiche wahrscheinlich. Ich hab voll Durst. Ich hol mir hier was zu trinken. Ey, sau gerne. Sau gerne. Wollt ihr das mitbringen? Ne, ich hab hier eh schon Wasser. Vielen lieben Dank. Kuss. Ich seh das nicht. Ich würd sagen, lass uns noch einen. Dann schick ich dich auch mal schlafen. Ey, gar nicht. Alter. So fit. Es ist unfassbar, wie fit ich bin. Lalalala. Das hab ich nicht erwartet. Alter. Ich hab auf jeden Fall auch eine sehr lustige Geschichte, die ich, ich weiß nicht, ob ich die raushauen soll. Ich hab einen Kollegen mal begleitet, weil der wollte sich halt gönnen so und ich dachte, ja komm, schau ich mir jetzt einfach mal an. Einfach mal Erfahrung machen. Du bist da mit reingegangen. Einfach nur eigentlich. Ein Begleiter nur. Auf jeden Fall hör ich so. Julien? Nein. Ja, doch. Ich glaub, Rezo hat's einfach vergessen. Der Bro ist eigentlich pünktlich immer. Alter, du... Alter, du... Bist du live? Fuck, Digga. Hey, willst du da reingekommen? Thomas hat mir aufgemacht. War das eine Hussin, dieser Thomas? Julian? Ich so. Das war... War das sein Papa? Ich bin so mega, also mega englisch. Hab ich mich so umgedreht, so langsam, so. Und so, hä? Julian, was geht? Was geht? Was machst du hier? Und ich dachte so, was machst du hier? Ist ja die beste Frage. Und ich meinte so, hä? Ne, ich bin nicht Julian. Das war so das dümmste, was mir gefallen ist. Habt ihr Fragen? Bist du dumm? Ja. Was? Bist du dumm oder physisch? Was? Magst du Fragen? Was sind denn das für Fragen? Rezo, kannst du mal Julian pissen? Isst du Pferde? Ich glaube, das war ein Fehler, Julian. Das war ein Fehler. Das war ein schrecklicher Fehler. Danke für eure Fragen. Danke für eure Fragen. Ich hoffe, wir konnten die meisten beantworten. Also das beste Modelface ist, wenn du grinst. Dann grinst die Augen. Und dann machst du... Nochmal. Das ist scheiße. Das ist ein super Stone. Und so... Okay, dann gucken wir jetzt TikToks. Und du gehst dann... Ein bisschen Ketchup-Farben. Ey. Digga, du... Boah. Junge. Bruder, bitte. Bitte, du musst ein bisschen chillen. Hab er recht, ne? Der Markus Bock... Ach, der macht auch MMA. Ich soll mal was Verrücktes machen. Markus Bock. Wieso wurde dich heraus zu einem MMA-Fight? Dann komm in den Ring. Ey, trau dich. Trau dich, komm. Junge, ich mach dich so fertig. Komm, komm. Mach dich fertig. Ey, gib bei dir einen Pritzstrift. Kennst du diesen Trick nicht? Das zum Rauchen zu bringen? Hast du nicht gemacht als Kind damals? Was? Dann musst du mal rein. Und dann... Ich glaube... Ich glaube, dich hat irgendwer als Kind verarscht. Nee, for real. Das haben wir damals gemacht. Das war so ein Tipp von der Mickey Mouse, glaube ich. Ja, sehe ich. Fehler. Ra... Rausch. Ach, Rausch war das. Ach, das war gar nicht Rauch. Es war ein Rausch. Ey, guck mal, du hast voll die Luftpumpe. Ja. Ich hab so eine Luftpumpe gar nicht. Mach ich. Soll ich? Ja, mach ich. Ey, dass du nicht mal zuckst. Bin's gewöhnt. Latein kann ich auch. Heek. Forum. Es. Populus. Proparat. Es. Populus. St. Markus. St. Kircum. Spectat. Ey, du kannst das... Von Latein. So scheiße. Da schreibt jemand, wieso hat einen kleinen Schwanni. Äh, Mark 2. Woher weiß er das? Kennt ihr Schlafparalyse? Ey, ich hätte so Angst vor Schlafparalyse. Ach so, wenn man wach ist, aber man kann sich nicht bewegen. Genau. Ich hab das nur, weil meine ganzen Glieder einfach eingeschlafen sind manchmal. Manchmal, wenn ich schlafe, ist nur mein ein Arm eingeschlafen, dann bewege ich den halt so, ne? Ich hab vielleicht noch einen rum. Nein, aber... Ich kann ja nicht greifen. Ich kann ja nicht greifen. Ich kann ja nicht greifen. Ey, was ist denn mit Drew passiert? Er sieht so cringe aus. Ich glaub nicht. Du... Das ist wirklich geil. Aber wenn ich's nur hören würde... Als ob du noch nie Seil gesprungen bist. Alter, vielleicht mit zwei oder so. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Einfach so rum... Und einziehen. Fehler. Warte, warte, warte. Ich bin ja gesprungen. Ja, aber dann, ne. Du bist auf Seil gesprungen. Sogar im langsamen... Ja, aber dann ist es ja in Ordnung. Wenn ich so mache... Und dann... Warte!